Ah, zwei Kilometer, ist ja direkt hier um die Ecke. So voll wie so Pinguine laufen wir dem hinterher. Ja. So, die Stammgäste sind da, Leute. Ja, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit meinem Bruder hier am Start. Wie ihr seht, die Illyrian Brothers wieder. So, Leute. Macheita am Start. Auf jeden Fall. Weiter geht's mit der Haste-Mission. Das heißt, das Casino ausrauben. So, gehen wir mal rein, Bruder. Macheita einpacken und reingehen hier. Richtig. In eine Spielhalle, wa? Richtig. Von hier aus wird alles geplant hier. Wer Bock hat auf sowas, wie gesagt, holt euch so eine Spielhalle. Oh, Bruder. Hier sieht es schon vernünftiger aus. Jetzt sieht das hier schick aus, ne, Bruder? Ja, so habe ich das eingerichtet, das Ding. Jetzt sieht das schon mal vernünftig aus, hier mit Street Fighter hier angelehnt, wa? Auf jeden Fall. Oder hier Final Fight, Bruder. Final Fight. Kennt ihr das, Mann? Ja, das ist ein geiles Spiel. Mega geiles Spiel, Mann. So, dann lassen wir nach runter, da in unser Spezialbüro, da. Ja, das sieht doch geil aus, hier. Die Tür ist sogar offen, noch. Ja, was macht der Monkey hier? Alles fit, Mann? Okay, ich komme. So. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt machen müssen. Ja, Leute, an der Stelle, sagen wir mal ein Abo dalassen, Bruder, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Abo dalassen. Und immer liken und kommentieren. Sehr, sehr gerne. Wird uns auf jeden Fall freuen. So, die Tafel sieht ja voll aus, hier, Bruder. Ja, jetzt sieht das schon hier besser aus. Ah. So. Guck mal, wir sind schon fast fertig hier, ne? Okay. Und, Bruder? Warte. 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 Ja. Casino ausspälen. Dann werden wir alles hinter uns. Okay. Warte. Hacke dich in Überwachungskameras. Kannst du das entscheiden, oder? Ach krass, wir können damit sogar üben. Was hast du denn jetzt alles? So. Kannst du was aussuchen, oder? Weil ich hab dir keinen Eindruck. Doch. Nebeneingänge, Haupteingang haben wir. Äh, Tresorraum, Inhalt ausspälen. Ja. Das können wir machen. Ja. Casino-Modell. Ja, ne. Machen wir das hier. Tresor-Inhalt. Müssen wir hacken und dann in die Kameras. Damit wir gucken können, was da drinne abgeht. Wie viel Kohle da drinne ist und, äh, wie die ganzen Sicherheitsmaßnahmen da drinne. Ja. Richtig. Komm mal nach vorne, dein Bike-Bund. Ja. Ja. Ja, vergib dich nach Rockford Hills. Tresor-Raum-Inhalt. Alles klar. Ich komme, Bruder, ganz kurz. Ich warte. So. So, dann ab geht's. Vergib dich nach Rockford Hills. Ja, komm. Zwei Kilometer. Ist ja direkt hier um die Ecke. Top-Lage, das Casino von meinem Bruder. Ja. Die Spielhalle ist auf jeden Fall. Die Spielhalle, weil ich meinte Casino. Ja, ist ja das gleiche. Die Spielhalle ist hier in der Top-Lage. Ist auf jeden Fall alles in der Nähe. Genau. Das ist aber auch die günstigste Spielhalle, die man kaufen kann. Ja, ist doch das Beste eigentlich. Ja. Günstig und direkt hier. Oh, oh. In der Stadt. Das sieht doch noch geil aus. Wenn ihr noch Biker seid, passt das zu euch. Mit dem Toten Kopf. Auf jeden Fall. So. So, das ist ja schon hier. Okay. Okay, okay. Okay. Warte kurz. Das Gebiet hier, Bruder, müssen wir erkunden. Gebiet nach Wache. Ich suche das Gebiet nach der Wache. Okay, okay. Was ist hiermit? Welcher? Oh, du hast ja. Hab ich. Ah, warte. 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 Ah, wir müssen nah an den ran. Hacke das Telefon. Okay. Aha. Okay. Nicht zu nah. Nicht zu nah. Nicht zu nah. Was müssen wir machen, Bruder? Hacke das Telefon. Warte. Albana? Ja, ich gucke gerade auch. Soll ich verprügeln? Nein, nein. Hacke das Telefon. Ah, okay. Kann ich das mit meinem Handy machen? Weiß ich ja nicht. Ah, warte. Hab ich. Ja, ich auch. Ich hack den. Ich auch gerade. Wir hacken den beide gleichzeitig. Das war auf dem Handy, dieses Secure Surf Hack. Ja, ja, hab ich gesehen. Ja. Extra eine App. Ja, wir müssen auch jetzt auf jeden Fall nur in seiner Nähe bleiben. Voll unauffällig. Ja, ja, sehr unauffällig. Zwei Leute in Kote verfolgen den. Ja. Geil. Ja. So voll wie so Pinguine laufen wir dem hinterher. Ganz unauffällig. Ja. Ja, sauber. Gag, Bruder. Begib dich zum Casino. Ja, komm. Danke, ne? Mein Bester hier. Auf jeden Fall. Sehr gut gemacht. Ja. So, ab zurück. Begib dich zum Casino. Okay, zum Casino müssen wir. Zum Casino. Gib Gas, Bruder. Kasala hier. Ja. Einmal hier. Vollgas. Vollgas, ja? Vollgas, ja? Genau, genau so Schatz aus, Mann. Oh, wer schießt da, Bruder? Komm, komm, hau ab, Haupt. Die schießen auf dich. Ey, Bruder, ich bin fast gestorben, Bruder. Ja, hau ab, hau ab. Kennst du auch online, Bruder? Du weißt doch, hier immer die Geistgestörten unterwegs. Ja, ekelhaft, Mann, ekelhaft. Ich muss, ich muss richtig groß, Mann. Ich werde staunen. Ess gleich irgendwelche Snacks. Zieh dir ein paar Snacks rein. Ja, ja, ich muss gleich anhalten und machen. Ja, mach das, mach das. Einfach vom Nichts habe ich einen Schuss abbekommen. Ja, ja. Voll Idiot, Mann. Ja, du kennst dich doch, online, Bruder. Ist immer, ist so eine... Ja, die geilen sich auf, ne? Ja. So. Zieh Leine hier. Aber geiles Wetter haben wir auf jeden Fall am Start. Richtig geil. Das Casino, was sollen wir jetzt hier machen? Okay, 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 okay. Bisschen wir nochmal rein, glaube ich, ne? Betritt das Casino, ja. So, die Stammgäste sind da, Leute. Ja, ja. Ja, ja, alles gut. Die Biker kommen einmal ein bisschen nachschauen hier. Ja, das sind nur die Biker. Was hier abgeht. Ja. Unschuldigen Biker. Ja. Telefon raus. WLAN-Signal. Hab ich gemacht, Bruder? Warte. Ah, WLAN-Signal. Komm mal hinter mir, Bruder. Es wird immer wärmer hier. Kannst du auch mal anmachen. Hab ich, hab ich. Wie eben. Komm mal zu mir. Hier ist es warm, Bruder. Wird es immer wärmer? Wärmer, wärmer, wärmer. Okay, okay. Und rechts sieht man das. Ja, ich seh's. Okay, okay. Es wird immer wärmer hier. Ich glaub rechts lang. Gehen wir mal links rum. Rechts lang? Ja, rechts wird mehr. Rechts lang? Du hast recht, ja. Top. Weiter, weiter. Okay, okay, okay. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Ja, hier wird das sein. Ah, hier ist das schon richtig warm, ne? Nein, hier wird es weniger. Geh mal weiter. Es wird weniger. Hier wird es weniger. Hier in der Mitte. Ah, dann müssen wir rechts zu dem Typen. Mhm. Geh mal rein. Oh. Hoppa, hoppa, hoppa. Geht nicht, geht nicht. Komm mal hier lang, hier lang, hier lang. Nee. Oh, jetzt haben wir ein Problem, Mann. Warte, lass nochmal rumlaufen. Da geht's auch nach rechts. Guck mal, wenn du nach da gehst. Ja, ja, hier rechts rum. Um die Ecke. Hier. Ja. Ja. Genau, genau, genau. So schaut's aus. Okay. Ja, hier, Bruder. Ah, Sicherheitskameras zu benutzen? Komm mal her, Bruder. Okay. Ich benutze die gerade. Ich benutze die auch. So, wir können jetzt hier rumschauen. Kamera wechseln. Ich schaue mich hier gerade um, Bruder. Such die Tresorraumkameras. Guck dir aber alles einmal an. Ich schaue mir das an. Ja, wir werden hier überall durchlaufen, ne? Hier sind Sicherheitssensoren, weißt du? Metall, äh, wie nennt man die Dinge? Metalldetektor. Ja, genau, sowas. Hier jetzt. Hier jetzt. Hier jetzt. So, ich gehe mal noch in den Raum weiter. So, weiter. Personalflur war das gerade. Hoteletage. Da war ich auch gerade. Ne, Hoteletage ist uninteressant. Ich bin drin, Bruder. Warte, ich komme auch noch rein. Tresorraum. Ja, Leute. Das ist hier. Ah, identifiziere den Tresorrauminhalt. Okay. Da ist Geld, ja. Da ist Geld, Bruder. Kannst du mit W und S zoomen? Okay. Ah, okay. Alles klar. Das Thema ist vorbei. Hast du erledigt? Ja. Wir können zu unserer Spielhalle wieder zurück. Kann ich verlassen? Ja. Okay. So, verlasse das Casino, dann lass mal hier raus. Jo. Hast du dir den Weg gemerkt? Ja. Glaube ich zumindest. Glaube ich hier lang, ne? Das ist übertrieben groß, Bruder. Es gibt ja auch ein Hotel oben. Mhm. Der hat uns hier gerade nicht reingelassen. Kamen wir von hier? Nee, falsch, Bruder, oder? Nee, lauf mal hier lang. Das weiß ich gerade nicht. Dann hier rechts. Oh, nee. Nee, nee, wir sind falsch. Falsch, Bruder. Zurück. Jetzt Pferderennen. Ja, ja, zurück. Und dann links. Und nochmal links. Ja, Leute. Auf jeden Fall wird es hier interessant. Das wird hier auf jeden Fall richtig spannend, wenn wir hier reingehen. und uns die komplette Kohle hier schnappen mit Machete. Ja, auf jeden Fall. Bruder, wir finden den nicht raus, Mann. Warte, warte, warte. Guck doch mal auf die Karte. Hier ist der Ausgang. Warte. Geh lang, komm mal mit mir. Das ist übertrieben groß, ne? Verlierst du schnell den Überblick. Ja, der macht Palawa, Bruder. Naja, dann lass mal hier lang. Nee. Bruder, komm mal mit. Komm mal mit. Das geht nie ab, Mann. Ich will hier raus. Ich will auch hier raus. Wo bin ich hier, Mann? Warte, ich guck mal auf der Karte. Ich will nicht in die Toilette hier. Ich bin hier raus. Und, Bruder? Warte. Wir haben uns verlaufen, Mann. Wir kommen hier nicht mehr raus. Komm mal hier lang, hier lang, Bruder. Ich hab's. Ja? Ich hab's. Wo lang? Die sind sie mich? Ja. Hier. Hier hoch. Ich denke mal. Ja, wir sind gerade. Doch. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Folg mir einfach. Komm mal mit. Hier lang. Ja, wir sind ja an dem Probike gelaufen. Exit. Exit. Ja, Leute, auf jeden Fall, wenn ihr im Casino seid, immer hier Exit, richtet euch an Exit. Ja, sonst verlauft man sich hier schnell. Exit da hinten rechts, hier. Bei den Diamanten. Ja. Und dann müssen wir kurz zur Spielhalle. Ja, der mitdenkende Boss hier. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können. Hello, was geht hier, Mann? Warte, geht die ab, Alter. So, raus hier. Kommst du, Bruder? Ja. Ab aufs Bike und zur Spielhalle. Lass das Gebiet. Warte. Einfach so hier, Bruder. Okay. Mal hier drehen. Komm, fahr vor, Bruder. So, einmal hier raus aus dem Gebiet. So. Ja, sehr gut. 5.000 Dollar, Bruder. Ja, so macht man auch Geld hier. Top. Wenn man GTA Online spielt. Auf jeden Fall. Immer die Haste-Mission machen. So verdient ihr die meiste Kohle. Bruder, machen wir so einen Zwischenstopp, dass wir uns verabschieden? Ja, hier können wir das machen, auf jeden Fall. Oder lassen wir einfach hier hinstellen. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Abonniert unsere Kanäle, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Euer Gaming Ari. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge.